Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um Portraits am Fenster, wie man das Ganze ohne Hilfsmittel und mit einfachen Hilfsmitteln ein bisschen aufwerten kann. Dieses Video ist ein Teil von einer Videoserie, das heißt ich werde dir noch ein paar andere Sachen zum Thema Portraitfotografie zeigen. Ihr habt euch das gewünscht, ihr habt mir gerade bei dem Video von der EOS 200D eine ganze Menge darunter geschrieben, wie kann ich tolle Portraits mit der Kamera machen, wie kann ich generell tolle Fotos von Menschen oder mir selbst machen und darauf möchte ich jetzt gerne eingehen, das heißt wir fangen sofort damit an. Jetzt stelle ich dieses Video auf schwarz-weiß um, um dir zu zeigen, dass es wichtiger ist auf das Licht und seine Wirkung zu achten. Du stellst dein Model oder dich vor das Fenster, das kann ein großes Fenster, deine Balkontür sein, Eingangstür, ein riesiges Loftfenster, was auch immer. Ich habe hier ein ganz normales in meinem Wohnzimmer, das ist eine ganz normale Standardgröße und damit fangen wir auch schon an. Achte auf das Licht, wie es fällt, das heißt bei Sonnenlicht hast du natürlich ein anderes Licht im Sinne von es ist härter in deinem Gesicht und es hat eine andere Farbgebung als bei Bewölkung. Das zweite ist natürlich immer das Thema, wenn du irgendetwas davor hängen kannst, wie zum Beispiel in der Gardine oder ein Rollo, wie hier in meinem Fall, dann kannst du das Licht auch noch mal ganz anders steuern und kannst also festlegen, soll es sehr weich oder sehr hart auf das Gesicht von deinem Model oder dir fallen. In diesem Augenblick ist es bei mir draußen bewölkt und mein Wohnzimmerfenster habe ich hier noch einmal mit einem Rollo versehen, das heißt ich kann ja bewusst steuern, wie das Licht hier reinfällt. Also wenn ich alles zu mache und diese Lamellen geschlossen sind, dann fällt es relativ weich auf meine Haut, weil das Licht noch mal sozusagen diffusiert wird und nicht von draußen so einfach durch das Glas auf meine Haut treffen kann. Das sieht anders aus. Ich zeig dir das jetzt mal und zwar lasse ich jetzt mal das Rollo nach oben und du siehst, dass hier sozusagen sogar mit ein bisschen Restsonde das Ganze viel härter auf mein Gesicht fällt. Die Schwierigkeit auch nur mit dem Base Cap besteht, das heißt also hier haben wir hier oben in der Stirn eine Abschattung. Wenn ich es nicht möchte, muss ich dagegen steuern. Wie das geht, zeige ich dir gleich. Wenn ich es möchte, ist es natürlich perfekt. So, jetzt muss ich also darauf achten, dass ich meine Belichtung auch dementsprechend so anpasse, dass ich, wenn ich das gewünschte Licht, also Sonne oder Bewölkung drauf habe, dann auch dementsprechend im Foto festhalten kann. Und ich gehe jetzt mal her. Ich habe jetzt hier die Einstellung 1.4 in den Blenden. Ich habe hier ein 50 und ISO 100. Das Bild ist natürlich deutlich zu hell. Ich habe die Einstellung aber gewählt, damit es für mein Video passt. Jetzt gehe ich mal her und schließe einfach mal die Blende. Das heißt, da dürfte das Ganze schon etwas dunkler werden. Du siehst auch im Hintergrund mein Balkon hier drüben. Wenn du deine Blende nicht weiter schließen möchtest, um das Model ein bisschen freizustellen, dann hilft es natürlich, entweder mit der ISO runter zu gehen. Ich bin jetzt bei ISO 100. Tiefer geht es hier nicht bei meiner Kamera. Ich kann aber mit der Verschlusszeit noch kürzer gehen. Das heißt, vom 1,5 gehe ich jetzt mal auf 1,125. Und siehe da, das Foto ist viel dunkler. Ich kann das Licht natürlich noch besser sehen. Ich sehe bessere Konturen hier in meinem Gesicht. Und natürlich gleich sofort sichtbar. Deutliche Abschattung hier auf der Seite, die vom Fenster abgewandt ist. Das heißt, wir haben diesen typischen Rembrandt-Style hier so ein bisschen mit diesem Dreieck hier sozusagen, so wie man das dann nennt, hier in dem Bereich meines Gesichtes. Und also das ist ein bisschen der Look, den viele haben wollen. So dieses auf der einen Seite relativ hell, auf der anderen Seite schon noch erkennbar, dass hier das Auge sozusagen ein bisschen auf die Wange gesehen wird. Gehen wir zurück auf 1,50. Da ist es wieder deutlich heller. Und ich werde mein Rollo wieder runterlassen, um dir zu zeigen, wie man relativ smooth auch, trotz geschlossenem Rollo, hier das Ganze mit Portraits gestalten kann. Ich bin jetzt bei Blende 2.8 inzwischen. Und ich kann wieder auf Offenblende 1.4 gehen. Und das Bild natürlich deutlich heller. Hier die Seite ist überbelichtet, viel zu hell. Und dementsprechend müsste ich also abblenden. Wenn du jetzt sagst, ich möchte aber diesen hellen Look am Fenster haben. Und es darf ruhig hier zu dieser anderen Seite relativ dunkel und relativ schnell dunkel werden. Dann passt das schon so weit es geht von den Einstellungen. Wenn du jetzt aber sagst, ich möchte so ein bisschen hier noch zeigen, dass das Ganze plastisch ist, also zum Beispiel der Hinterkopf, die Ohren oder einfach die andere Gesichtshälfte ein bisschen heller machen, dann hilft es natürlich mit Hilfsmitteln in dem Fall zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel hier ein LED-Licht. Das könnte ich jetzt hernehmen und von der anderen Seite so gegenleuchten. Da muss man immer aufpassen, dass die Farbtemperatur stimmt. Das heißt, wenn die Sonne von draußen kommt und da ein warmes Licht erzeugt wird und ich hier drinnen mit LEDs arbeite, die relativ kühl sind, müsstest du entweder bei dem LED-Scheinwerfer die Kelvin-Zahl dementsprechend anpassen, indem du in wärmere Einstellungen gehst. Oder du sorgst dafür, dass du deine Kamera am Maisabgleich so einstellst, dass das Ganze passt. Es ist tricky, wenn die Sonne von draußen kommt mit dem relativ warmen gelben Licht und du von drinnen mit einem kühlen Licht arbeitest. Da musst du warten, dass es entweder bewölkt ist, wenn du die Fotos machen möchtest oder du setzt irgendein Gelfilter vor die LEDs. Was du auch machen kannst, ist natürlich das Ganze mit einem Blitz aufzuwerten. Das heißt, von der Seite einfach einen Blitz positionieren und dementsprechend dann die Seite anzublitzen. Das ist, finde ich, mehr tricky als mit dem LED-Licht, weil der Vorteil ist hier bei einem Dauerlicht. Du kannst live auch sehen, wie die Einstellung aussieht, wie das fertige Foto aussieht. Du siehst das, wenn ich mich hier drehe, du hast hier wunderbar sofort die Wirkung vom Licht sozusagen im Foto drin. Du siehst sofort eigentlich, wie das fertige Bild aussieht. Oder du sagst, ich investiere mal 20, 30 Euro in einen Reflektor und ich habe hier zum Beispiel einen ganz günstigen von Malimax, den habe ich selbst gekauft, nicht gesponsert bekommen und den setze ich relativ häufig ein, gerade auch bei Paar-Shootings oder bei generellen Portrait-Shoots. Und da kann man den so toll auch positionieren, also entweder hält ihn jemand oder das Model macht das selbst, wenn es geht, um hier dementsprechend auch so ein bisschen die andere Gesichtshälfte aufzuhellen. Also du siehst, das ist allein natürlich ein bisschen tricky, klar. Also wenn das jemand für dich macht, ist das umso besser. Aber wenn ich es ein bisschen so halte, ja, da kannst du auf jeden Fall schon nochmal mit dem Licht auch hier arbeiten, was von draußen reinkommt. Anders ist es natürlich, wenn du das Ganze von unten machst, da kannst du, und dazu komme ich gleich, dafür sorgen, dass du das Gesicht auch nochmal anders aufhältst. Also gerade Frauen wollen ja oftmals ein sehr weiches Gesicht im Gesicht haben und weniger die Falten zeigen oder Kanten einfach zeigen. Also Männer wollen schon eher martialisch oder einfach ein bisschen kantiger rüberkommen und Frauen dann eher nicht. Und dementsprechend solltest du auch darauf achten, wenn du jetzt deine Freundin zum Beispiel fotografierst, dass sie sehr wahrscheinlich anders abgebildet werden möchte als ein Kumpel oder jemand, der vielleicht Sportler ist und sagt, ich möchte ziemlich coole Sportportraits haben. Wenn du weder einen Blitz, noch ein LED-Licht oder einen Reflektor zuhause hast, dann hilft auch etwas ganz einfaches, wie zum Beispiel ein Taschentuch, was ich gerade bei meinem Schnupfen gebrauchen kann. Es geht auch in weißes Blatt Papier. Und wenn du das Ganze relativ eng auch shootest, sozusagen, also relativ eng geschnittenes Portrait, nur der Kopf ist drauf, dann kannst du, wenn du ein Taschentuch jetzt runterhältst, ich hoffe, man sieht das relativ gut, dafür sorgen, dass dein Gesicht ein bisschen aufgehellt wird. Mit dem Dauerlicht oder mit einem Reflektor siehst du relativ lange, wie das Ganze wirkt im Foto und kannst dann relativ gut einschätzen, brauche ich das, brauche ich das nicht. Und zum Schluss möchte ich dir noch den Tipp geben, den Look bei so etwas, wenn du das übst, auf schwarz-weiß zu stellen. Das hat den einfachen Hintergrund, dass du dich mehr auf das Wesentliche konzentrierst, dich lenken Farben weniger ab. Das nimmst du nicht mehr wahr, weil das Ganze nur noch schwarz-weiß ist und du dadurch gezwungen bist, auf das Model und auf das Licht zu schauen. Und das hilft echt sehr. Also als ich angefangen habe, Portraits mit Models zu machen, war das so ein bisschen mein erster Look, um einfach eine Sicherheit zu bekommen, was das Licht angeht, was die Steuerung des Lichtes angeht. Das willst du ja an dem Fall. Du willst da steuern, sozusagen, wo was hell ist und wo etwas dunkel ist. Mir hat es auf jeden Fall geholfen und ich denke, wenn du das tust, wirst du nicht falsch beraten sein. In der nächsten Folge werde ich dir dann zeigen, wie das Ganze mit Blitz gut kombiniert werden kann und wie du drinnen mit Blitz beziehungsweise Dauerlicht, also solche LED-Sachen hier, auch schon sehr coole Portraits machen kannst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich hoffe, du konntest ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie du drinnen mit wenig Equipment und wenig Aufwand schon tolle Portraits erstellen kannst. Wenn ja, lass mir gerne ein Abo hier. Ansonsten schreibe mir vielleicht gerne in die Kommentare, was du anders machen würdest oder was dich dazu bewegt und was deine Fragen sind. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!